Hallo und herzlich willkommen zu Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Marktrollen in der deutschen Energiewirtschaft. Was genau sind es Marktrollen? Das sind die verschiedenen Aufgabengebiete und Trennungen von den verschiedenen Marktpartnern in der deutschen Energiewirtschaft. Woher kommt diese Trennung? Wir hatten ursprünglich mal einen ziemlich monopolistischen Markt und um das zu durchbrechen, wurde vor allem schon die Energieversorgung und der Stromnetzbetrieb voneinander getrennt. So konnte der Eigentümer der Stromnetze seinen eigenen Vertrieb nicht mehr bevorteilen, sondern muss es eben jeden Energieversorger diskriminierungsfrei gleich behandeln. Und da erkennen wir auch schon die erste Trennung von Marktrollen. Der Energieversorger und der Stromnetzbetreiber sind voneinander getrennt. Darüber hinaus gibt es den sogenannten Messstellenbetreiber. Während der Netzbetreiber die tatsächlichen Stromleitungen verantwortet, ist der Messstellenbetreiber für den Stromzähler verantwortlich und auch für die Ablehnung des Zählers. Darüber hinaus gibt es noch weitere Rollen rund um die Bilanzierung. Der Bilanzkreisverantwortliche, wie der Name schon sagt, ist verantwortlich für seinen Bilanzkreis. Der Bilanzkreis ist ein virtuelles Konto, was eben genau diese Einspeisung und den Verbrauch gegenüberstellt und immer ausgeglichen sein muss. Der Bilanzkreisverantwortliche ist dafür zuständig, genau das zu managen. Das sitzt im Regelfall direkt beim Energieversorger und ist eben dafür zuständig, zu wissen, wie viel verbrauchen seine Endkunden und dementsprechend viel Energie muss er eben auch zur Verfügung stellen, indem er die zum Beispiel einkauft. Die Tätigkeiten der Bilanzkreisverantwortlichen werden dann wiederum vom Bilanzkoordinator gemanagt und überwacht. Der Bilanzkoordinator ist der Übertragungsnetzbetreiber. Die Übertragungsnetzbetreiber, das sind die vier richtig großen Netzbetreiber, die jeweils ein Viertel von Deutschland managen und die sind eben gleichzeitig Bilanzkoordinator und passen auf, dass die Bilanzkreise überall über ganz Deutschland hinweg ausgeglichen sind. Dann gibt es darüber hinaus noch ganz normale Händler, die also nichts machen, außer Energie einzukaufen und zu verkaufen. Prinzipiell gibt es auch noch die Abgrenzung des Erzeugers, das heißt der Kraftwerksbetreiber muss nicht gezwungenermaßen auch Energieversorger sein, das kann auch nochmal getrennt sein. Und dementsprechend haben wir schlussendlich eine Kaskade von verschiedensten Marktrollen, beginnend beim Kraftwerksbetreiber hin zum Stromnetzbetreiber, hin zum Energieversorger, hin zum Messstellenbetreiber und darüber hinaus den Bilanzkreisverantwortlichen und den Bilanzkoordinator und dazwischen potenziell irgendwo noch den Energiehändler und dementsprechend haben wir die Marktrollen in der Energiewirtschaft auch schon definiert. Allein hier merkt man schon wieder, wie unglaublich komplex die deutsche Energiewirtschaft ist, aufgrund der tausenden regulatorischen Vorgaben, Gesetze, Verordnung. Und genau deswegen mache ich diese Videos, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen und eben zu erklären. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Marktrollen in der Energiewirtschaft, dann schreibt die einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.